Willkommen zum SAS Mind Expertenprogramm. Mein Name ist Katarina Tunitsch, ich bin Schülerin an der VBS Akademiestraße und meine Klasse hat an der Entstehung des Programmes mitgearbeitet. Das Expertenprogramm ist ein Kurs, der in der Schulpraxis entstanden ist. Die Kooperationspartner dabei waren die Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien-Krems, das internationale Bildungsnetzwerk Wien-Krems, die Vienna Business School Akademiestraße und das Bundesrealgymnasium Burgersdorf. Die drei klassischen Bereiche der Nachhaltigkeit, Ökologie, Ökonomie und Soziales sind hier in unseren 14 Themen vertreten. Die genauen Themen sehen Sie hier auf der Folie. Der Kurs besteht aus 14 Themen und beinhaltet die Bereiche Wissen, Spiritualität und Praxis. Der Kurs dauert zehn Wochen und in diese zehn Wochen werden jeweils fünf Aufgabenbereiche gewählt. Nun sehen Sie ein Beispiel, wie ein Thema gestaltet ist und aufgebaut ist. Links unten befindet sich der Bereich des Wissens. Da ist hinter dem Quark oder ein Video hinterlegt, welches das Wissen der Schüler stärken sollte und gleich daneben befindet sich eine Aufgabe dazu. Rechts oben ist ein Beispiel für eine spirituelle Aufgabe. Dies ist natürlich nur ein Vorschlag und kann auch anders gestaltet werden. Darunter folgen dann die Praxisaufgaben. Man sollte sie in der Natur umsetzen und dabei fünf Aufgaben wählen, die man zwei Wochen lang durchführt. Als Abschluss des Projekts bekommt jeder Schüler ein Zertifikat als Experte oder Expertin. Dies gibt ihnen die Möglichkeit Aufgaben in der Schule zu übernehmen, beziehungsweise als Coach bei einer neuen und jüngeren Gruppe mitzuwirken. Wir, die Schüler der VBS Akademiestraße möchten ein Angebot aussprechen. Wir können gerne Schülergruppen in Österreich oder im Ausland online oder im Präsenz begleiten. Wenn wir nun Ihr Interesse wecken konnten, dann können Sie unseren Lehrer Professor Kubiak kontaktieren. Seine Kontaktdaten stehen auf der Folie. Fassen wir zusammen. Das SAS-MIND-Expertenprogramm verbindet Nachhaltigkeit und Geist. Es beinhaltet 14 Themen, welche die drei Säulen der Nachhaltigkeit umfassen. Ökologie, Ökonomie und Soziales. SchülerInnen können zu ExpertInnen und somit auch zu BetreuerInnen anderer Lernender werden. Und das SAS-MIND-Expertenprogramm wird bereits an verschiedenen Schulen in Österreich und dem europäischen Ausland, zum Beispiel in Lettland und Polen, umgesetzt.